Vergesst nicht, was die Amalekiter euch angetan haben, als ihr von Ägypten kamt. Als ihr von der beschwerlichen Wanderung müde wart, haben sie euch von hinten angegriffen und alle niedergemetzelt, die erschöpft zurückgeblieben waren. Sie kümmerten sich nicht um Gott und seine Gebote. So steht es im 5. Buch Mose, Kapitel 27. Der Vers wird gerne in Zusammenhang mit der Hamas zitiert, beispielsweise von Israels Regierungschef Netanyahu. Gott gebietet den Israeliten, die Amalekiter auszulöschen. Und das hat Israel bekanntlich mit den Hamas-Terroristen vor. Und damit willkommen bei Fokus Jerusalem. Wir beschäftigen uns auch heute wieder mit dem Gaza-Krieg. Aber nicht ausschließlich. Das sind unsere Themen. Experte Itamar Markus warnt vor der palästinensischen Autonomiebehörde. Ärzte helfen Holocaust-Überlebenden mit kostenlosem Service. Biblischer Impuls von Pastor Daniel Gebhardt. Wie konnte das passieren? Bevor wir uns näher mit diesen Themen befassen, schalten wir in unser Nachrichtenstudio für die Meldungen der Woche. Das israelische Außenministerium hat Südafrika beschuldigt, als legaler Arm der Terrororganisation Hamas zu agieren. Es reagierte damit auf die Verhandlungen vor dem obersten Gerichtshof der Vereinten Nationen in Den Haag. Dort wird Israel von Südafrika vorgeworfen, im Gazastreifen ein Völkermord an den Palästinensern zu verüben. Die Anwälte Südafrikas forderten den Internationalen Gerichtshof auf, die Militäroperation der israelischen Streitkräfte gegen die Hamas-Terroristen sofort zu stoppen. Israel entgegnete, Südafrika habe die Realität in Gaza nach dem Massaker vom 7. Oktober völlig verzerrt. Zwei Palästinenser aus Hebron haben in der zentralisraelischen Stadt Ranana ein Blutbad angerichtet. Eine 79-jährige Frau kam ums Leben. 17 Israelis wurden zum Teil schwer verletzt, darunter sind sieben Kinder und Jugendliche. Nach Polizeiangaben hatte einer der Täter auf eine Autofahrerin eingestochen und deren Wagen gestohlen. Mit dem Fahrzeug fuhr er absichtlich in mehrere Fußgängergruppen. Als dieses Auto stecken blieb, stahl er ein anderes. Außerdem wurden Messerattacken seines Komplizen gemeldet. Der Polizei gelang es, die beiden Palästinenser im Alter von 44 und 25 Jahren zu verhaften. Sie sind miteinander verwandt und hielten sich illegal in Israel auf. Der Krieg im Gazastreifen kostet Israel nach Schätzungen von Experten mehr als 200 Millionen Euro pro Tag. Die Staatsausgaben sind explodiert, gleichzeitig sind die Steuereinnahmen drastisch gesunken. Seit Kriegsbeginn hat Israel 295.000 Reservisten einberufen, die an ihren Arbeitsplätzen fehlen. Der Staat muss nicht nur für diese Reservisten, Waffen und Munition aufkommen. Die Regierung bezahlt auch für die Unterkünfte und den Lebensunterhalt von 200.000 Evakuierten aus den Grenzgebieten. Ministerpräsident Netanyahu erklärte, Israel verabschiede einen Kriegshaushalt mit höheren Ausgaben für Gesundheit und Verteidigung. Man wolle dennoch auf Steuererhöhungen verzichten. Ausnahmen gäbe es nur bei Steuern auf Bankgewinne und Zigaretten. Die Stadt mit der höchsten Lebensqualität in Israel ist Kfar Sabah, etwa 15 Kilometer nordöstlich von Tel Aviv gelegen. Das hat das Zentralamt für Statistik bekannt gegeben. Untersucht wurden 49 Faktoren in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern. Zur hohen Platzierung von Kfar Sabah trugen bemerkenswerte Ergebnisse bei der Lebenserwartung bei. Die hohe Sicherheit in der Nacht, die Erfolgsquote an der Universität und die Zufriedenheit der Einwohner mit der Sauberkeit des Wohnumfelds. Rehovot, Ramatgan und Haifa gehören zu den weiteren Städten, die gut abschnitten. Auf dem letzten Platz landete Jerusalem. Dort ist die Arbeitslosigkeit am höchsten, es gibt die wenigsten Abiturienten und die Grünanlagen bekommen schlechte Noten. Noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Es bleibt unbeständig mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern. In Jerusalem liegen die Tageshöchsttemperaturen zwischen 11 und 17 Grad. Das waren unsere Meldungen der Woche. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Zeit. Seit Wochen werden in aller Welt Szenarien diskutiert, wie es nach Kriegsende mit dem Gaza-Streifen weitergehen soll. Israels Regierungschef Netanyahu hat klargestellt, dass es nicht beabsichtigt sei, dort jüdische Siedlungen zu errichten. Allerdings werde Israel noch lange für die Sicherheit in dem Küstenstreifen zuständig sein. Aber wer stellt dort die Regierung, wenn die Hamas tatsächlich vernichtet wird? Die internationale Gemeinschaft favorisiert die palästinensische Autonomiebehörde von Präsident Mahmoud Abbas. Das sei ein Unding und gehe an der Realität vorbei, meint Experte Itamar Markus vom Forschungsinstitut Palästinien Media Watch. Das offizielle Fernsehen der palästinensischen Autonomiebehörde feiert das Massaker der Hamas an 1200 Israelis. Im Text heißt es, wir stehen an der Seite unserer Brüder im Gaza-Streifen, denn sie sind wahrlich eine Quelle des Stolzes, des Heldentums und der Ehre für das palästinensische Volk. Itamar Markus ist davon nicht überrascht. Der Leiter des Forschungsinstituts Palästinien Media Watch warnt seit Jahren, dass die Fatah-Partei von Palästinenser Präsident Abbas genauso israelfeindlich und vom Hass auf Juden getrieben sei wie die Hamas. Wir waren nicht überrascht, dass die palästinensische Autonomiebehörde oder die Hamas so etwas versuchen würde. Sie haben ja schon vorher Massaker verübt, an ganzen Familien. Sie gingen in Häuser und ermordeten Eltern samt ihren Kindern. Anstatt das zu verurteilen, bezahlt die palästinensische Autonomiebehörde Löhne an die Familien der Terroristen. Was jetzt passiert ist, war eines dieser Massaker nur 200 Mal größer. Aber das gab es schon vorher. Wenn du Anführer und eine Regierung hast, die Morde glorifizieren, die Morde belohnen, dann führt das zu einer einfachen Schlussfolgerung. Wenn es gut ist, eine Familie mit drei Kindern umzubringen, dann ist es noch besser, das 100- oder 200-mal zu machen. Die israelische Armee hat angekündigt, sie wolle die Hamas vernichten. Mittlerweile wurden große Teile der militärischen Infrastruktur der Terrorgruppe zerstört. Mehrere tausend Hamas-Kämpfer sind gefallen. Auch wenn sich der Militäreinsatz noch Monate hinziehen sollte, irgendwann wird er beendet sein. US-Präsident Joe Biden und mehrere europäische Staaten wollen, dass die palästinensische Autonomiebehörde dann die Regierung in dem Küstenstreifen übernimmt. Dann hätte die Fatah-Partei dort das Sagen. Der Hauptunterschied zwischen Hamas und Fatah hat mit der persönlichen Religionsausübung zu tun. Was die Haltung gegenüber Israel angeht, dann lehren beide das Volk, dass Israel vernichtet werden muss. Beide lehren ihre Leute, dass Israel auf heiligem muslimischem Boden existiert. Deshalb fordere der Islam, dass Israel zerstört werden müsse. Was viele Leute als Hamas-Ideologie einstufen, wird auch von der palästinensischen Autonomiebehörde an deren Leute verkündet. Es geht um religiös-islamisches Land. Deshalb hat jeder Muslim die Verpflichtung, Israel von diesem heiligen Boden verschwinden zu lassen. Wenn es um die Ideologie geht, stimmen beide überein. Beide verweigern nicht nur Israel das Existenzrecht. Juden haben ihrer Ansicht nach generell keine Daseinsberechtigung. Die Autonomiebehörde drängt ihre Anhänger zum bewaffneten Kampf. In diesem Fernsehbeitrag erklärt Naim Moran, Fatah-Vertreter in Ramallah, Wir rufen unser ganzes Volk auf, sich in der Konfrontation zu vereinen. Die Fatah hat ihren Märtyrern und ihrem Volk versprochen, an der Spitze des Widerstandes gegen die Besatzer zu stehen. Und sie wird das Element des Widerstandes nicht aufgeben, sei es der bewaffnete Kampf oder der Volkswiderstand. Laut Itamar Markus geht es den Fanatikern um nichts Geringeres als die Erlösung der Welt. Die Stunde der Auferstehung, das Ende der Zeit, die Erlösung der Menschheit, sie alle hängen von der Auslöschung der Juden ab. Es gibt keinen Zweifel. Alle Palästinenser, die an diesem Massaker beteiligt waren, glauben, jeder Jude, den sie umgebracht haben, Jedes ermordete Baby, jedes getötete Kleinkind bringt die Erlösung näher. Das ist, was ihnen beigebracht wurde, sowohl von der Hamas als auch von der Autonomiebehörde. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Am zweiten Freitag nach Kriegsbeginn hat das Religionsministerium der Autonomiebehörde seine wöchentlichen Anweisungen herausgegeben. Darin erfahren alle Prediger, welche Themen sie in den Freitagsgottesdiensten ansprechen sollen. Das gilt für alle Moscheen im Gebiet der Autonomiebehörde. In den Anweisungen für diese Predigt haben sie die Verse angeführt, die eine Auslöschung der Juden fordern. Das ist die palästinensische Autonomiebehörde. In vielen palästinensischen Städten, wie hier in Nablus, verherrlicht die Autonomiebehörde Terroristen, die bei Angriffen auf Juden ums Leben kamen. Für sie werden Plakate gedruckt. Nach den Mördern werden Kindergärten, Schulen und Sporthallen benannt. Kinder sollen sich die Märtyrer zum Vorbild nehmen. Jeder einzelne palästinensische Terrorist, der Israelis umgebracht hat, wird eingestuft als jemand, der für Allah gestorben ist. Jeder Mord ist für Allah. Jede Tötung, jeder Terroranschlag ist für Allah. Jeder Palästinenser versteht das. Es ist tragisch, dass die führenden europäischen Politiker das bisher noch nicht verstanden haben. Bei einer Konferenz des Europäischen Parlaments in Straßburg hat Itamar Markus den Abgeordneten die politischen und religiösen Hintergründe erläutert. Dennoch halten die meisten Europäer unbeirrt an der palästinensischen Autonomiebehörde fest. Der Nahostkonflikt ist nicht nur ein Streit ums Land. Es ist auch ein religiöser Krieg, was viele westliche Politiker und Journalisten nicht verstehen. Wir kommen zu einem anderen Thema. Die Holocaust-Überlebenden in Israel sind hochbetagt. Viele sind krank und verarmt. Um sie kümmert sich die Organisation um ihret Willen. Sie umfasst über 900 Ärzte aus allen Fachgebieten der Medizin. Außerdem helfen Freiwillige beim Transport und der Begleitung von Holocaust-Überlebenden in Kliniken. Ein Dienst, der auch heute noch dringend nötig ist. Die Ärztin kommt zum Hausbesuch vorbei. Das ist immer ein besonderer Tag für Marcel und Miriam Zielinski. Sie sind Holocaust-Überlebende. Die Organisation Le Manam, auf Deutsch um ihret Willen, hilft dem Ehepaar bei medizinischen Problemen. Le Manam hat Dr. Tatjana Livschitz zu ihnen geschickt. Die Neurologin arbeitet ehrenamtlich für die Hilfsorganisation. Marcel und Miriam Zielinski stammen aus Polen. Marcel wurde vor 88 Jahren in einer jüdischen Familie in Krakau geboren. Gemeinsam mit seiner Frau lebte er nach dem Krieg in Israel, dann viele Jahre in Kanada, wo er als Elektroingenieur bei einem Luftfahrtunternehmen tätig war. Vor einem Jahr kehrten sie nach Israel zurück. Die Familie ist der Grund, warum wir aus Kanada zurück nach Israel gekommen sind. Wir waren allein in Kanada. Hier in Israel haben wir unseren Sohn, der sich um uns kümmert. Und wir haben hier die weitere Familie. Seine Kinder, die sind verheiratet. Wir haben Enkel und Urenkel. Sie alle leben hier. Früher war Marcel Zielinski ein begeisterter Radfahrer, der Sport hielt ihn fit. Auch wenn die Zielinskis keine schweren Erkrankungen haben, in ihrem Alter zwickt es doch immer mal wieder an der ein oder anderen Stelle. Doch die medizinische Versorgung in Israel ist nicht einfach. Sohn Bezalel hat sich darum gekümmert und ist sehr angetan von der Unterstützung durch die freiwilligen Helfer. Le Manam ist fantastisch. Ich hatte großes Glück, dass ich sie gefunden habe. In Israel ist der medizinische Standard wirklich sehr hoch. Es gibt viele Spezialisten und das Niveau der medizinischen Dienste ist wirklich gut. Aber leider, wohl wegen finanziellen Aspekten, geht alles sehr langsam. Es dauert lange, bis man einen Termin erhält und einen Arzt zu sehen bekommt. Alles benötigt viel Zeit. Bisher mussten wir damit leben. Wir mussten drei oder vier Monate auf einen Termin bei einem Spezialisten warten. Ich hatte Glück. Meine Nachbarin las in der Zeitung einen Artikel über Le Manam, über die Hilfe und den Service, den sie Holocaust-Überlebenden anbieten. Wenn seine Eltern nun einen Facharzttermin in mehreren Monaten erhalten, ruft er bei Le Manam an. Die setzen sich für die Holocaust-Überlebenden ein und machen einen Termin innerhalb weniger Tage möglich. In Israel leben noch rund 150.000 Menschen, die den Massenmord der Nazis an den europäischen Juden überlebt haben. Sie sind alt, im Durchschnitt 85 Jahre. Ein Viertel lebt unterhalb der Armutsgrenze. Le Manam organisiert nicht nur Arzttermine für sie. Im Notfall kommen die Mediziner mit einer mobilen Klinik direkt zu ihrer Haustür. All diese Dienste sind kostenlos. Auch Miriam Zielinski ist Holocaust-Überlebende. Ich war noch sehr jung. Ich war erst zwei Jahre alt, als der Krieg begann. Mein Vater war Zahnarzt. Wir hatten etwas Geld zur Verfügung. Er fragte seine Patienten, ob sie uns helfen könnten, um zu überleben. Nachdem das Ghetto, in dem wir lebten, geschlossen wurde, fand mein Vater jemanden, der uns half. Es war eine Frau mit Töchtern. Sie nahm uns auf und brachte uns auf ihren Dachboden. Zwei Jahre lebten wir auf dem Dachboden. Ich konnte da nur sitzen. Das war natürlich unbequem. Meine Eltern mussten da liegen. Nur abends konnten wir den Dachboden verlassen. Es war eine schwere Zeit, aber Gott sei Dank war ich jung. Ihr Vater starb kurz nach Kriegsende. Miriam verließ Polen, kam nach Israel, dann nach Kanada und nun wieder zurück ins Heilige Land. Die Hilfe von Lemanam sei ein Gottesgeschenk, versichert sie. Die Ärztin macht bei dem Ehepaar einige Checks. Alles ist in Ordnung. Auf Marseils Unterarm ist noch die Tätowierung zu sehen, mit der die Nazis versuchten, gefangene Juden zu entmenschlichen. Dr. Tatjana Lifschitz sagt, sie setze sich gerne für die Holocaust-Überlebenden ein. Fast alle seien sehr freundlich und dankbar. Das bedeute ihr viel. Ich bin ja auch Tochter. Ich habe auch Großeltern. Ich habe die Zeit und die Möglichkeiten, diese Arbeit zu tun. Warum auch nicht? Ich mag es, Leute zu treffen und ihre Geschichte zu hören. Wenn ich helfen kann, dann helfe ich. Wenn ich helfen kann, dann helfe ich. Über 1000 Freiwillige arbeiten bei Lemanam für Holocaust-Überlebende. Ihr Motto, wir haben nicht vergessen und wir werden nicht vergessen. Wir stehen an ihrer Seite. Wir machen weiter mit dem biblischen Impuls. Den spricht heute Pastor Daniel Geppert von der King of Kings Gemeinde in Herzeliah. Er blickt zurück auf die vergangenen Krisenmonate. Da stellt sich die Frage, wie konnte das passieren? Noch immer ist der Schock hier in Israel sehr groß über das, was sich am 7. Oktober getan hat und die Folgen, die dieser Tag mit sich gebracht hat. Wir dachten alle, wir wären so sicher. Nicht nur militärisch gesehen, aber auch aus Gottes Sicht her. Wie konnte Gott nur so etwas zulassen? So etwas Schreckliches? Abschlachten von Menschen? Gott, der Hüter, Gott, der gute Hirte, der uns versorgt, der auf uns aufpassen sollte. Oder wie sagt es Psalm 121 so schön? Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott, wo war deine Hilfe? Wo warst du an diesem Tag? Wo warst du in diesen Stunden? Was uns in solchen Zeiten von Schwierigkeiten und Problemen hilft, ist das richtige Bild von Gott zu haben. Das Böse in dieser Welt ist das Resultat einer sündigen Welt, die sie zum großen Teil nicht an Gott orientiert. Zu keinem Zeitpunkt hat uns Gott nach dem Sündenfall von Adam und Eva eine problemlose, eine heile Welt versprochen. Ganz im Gegenteil. Und David nimmt diesen Gedanke auf im Psalm 23, der nicht nur von der grünen Aue spricht, sondern auch von Tal des Todes, von Feinden. Und das Ganze trotz des guten Hirten. Es gibt jede Menge von Beispielen in der Bibel von Menschen, die Gott treu waren und trotzdem sehr große Probleme hatten. David, der öfter um sein Leben bangen musste. Jeremia, der wegen seiner Gottestreue verfolgt und eingekerkert wurde. Johannes der Täufer, viele andere Jünger, viele andere Nachfolger Christi, die ermordet wurden, sind. Jesus verspricht uns kein problemloses Leben. Ganz im Gegenteil. Er sagt in Matthäus 6, Vers 34, Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Jeder Tag, jeder einzelne Tag hat seine eigene Plage. Jeder einzelne Tag kommt mit seinen eigenen Sorgen und Problemen. Einige Verse später erzählt Gott, erzählt Jesus, ein kurzes Gleichnis von einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut, als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus vieles doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Dieser kluge Mann baute sein Haus auf ein festes Fundament, wahrscheinlich bei wesentlich besserem Wetter. Er hat die Zeit genutzt, vorbereitet zu sein und ein stabiles Haus zu bauen. Und der Regen kam, die Probleme, der Sturm, die Probleme, die Nöte kamen und das Haus hielt ihm stand. Gleichzeitig hat ein anderer Mann auch ein Haus gebaut, aber nicht auf festem Grund, sondern auf Sand. Der Sturm kam und das Haus fiel wie ein Kartenhaus zusammen. Das Haus hielt nicht den Problemen stand. Und so sehe ich auch zwei unterschiedliche Leben. Zwei Leben, die einmal auf festem Grund, einmal auf Sand gebaut worden sind. Ein Leben, das auf festen Glauben gebaut wurde und eben eines, das kein festen Glauben als Fundament hat und dieses Leben zusammenfällt. Wir müssen wissen, dass Gott uns mit unserem, trotz unseres Glaubens, kein Rundum-alles-Gut-Programm oder Versicherung aufbietet, sondern Nöte und Probleme kommen und wir müssen vorbereitet sein. Und das Beste, was wir tun können, ist, dass wir unseren Glauben tief verankern in Gott. Und dies tun wir zum Beispiel durch unsere persönliche Zeit in Gottes Wort, aber auch durch die Gemeinschaft der Gläubigen, in der wir wachsen und einander ermutigen können. Zusätzlich, trotz allem, haben wir die Gewissheit und sehen es und haben hoffentlich auch eigene Beispiele in unserem Leben. Wie bei Josef zum Beispiel, wo Gutes aus Bösem geschaffen werden kann, wo Gott das Böse benutzt, um etwas Gutes hervorzubringen. Lassen Sie uns gemeinsam daran festhalten und weiterhin gemeinsam in unserem Glauben wachsen und bereit zu sein für diese Probleme. Gott segne Sie. Haben Sie auch Freunde, Bekannte oder Kollegen, die Ja-Aber sagen, wenn die Rede auf das Massaker der Hamas und den folgenden Gaza-Krieg kommt? Ja-Aber und dann folgen Rechtfertigungen für das Verhalten der palästinensischen Terrorgruppen. Wir meinen, es gibt kein Ja-Aber. Das Abschlachten von Babys, das Erniedrigen, Vergewaltigen und Köpfen von Frauen ist unentschuldbar. Wer Ja-Aber sagt, versucht den Opfern eine Mitschuld zu geben. Das ist falsch und führt in die Irre. Und noch eine Anmerkung, die Hamas könnte das Leid der Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen sofort beenden. Sie müsste nur die Geiseln freilassen, den Raketenbeschuss auf Israel einstellen und sich von ihrem Ziel verabschieden, die Juden zu vernichten. Wenn die schlechter aufgeben, ist der Krieg vorbei. Wir bitten Sie auch heute um Ihre Unterstützung durch Gebete und Spenden. Bitte beten Sie um Weisheit für die israelischen Politiker. Beten Sie für alle Menschen, die unter dem Krieg im Gaza-Streifen leiden. Und bitte beten Sie auch für diese Sendung, Fokus Jerusalem. Wenn Sie uns finanziell helfen möchten, hier ist unser Spendenkonto. Fokus Jerusalem, GGMBH, IBAN, DE906005, 0101, 0400, 0500, 07. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Wir verabschieden uns mit Winterbildern aus Israel. Und Winter heißt in diesem Fall Regen. Kommende Woche sind wir zur selben Zeit wieder für Sie da. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und nächste Woche bei Fokus Jerusalem. Dor und die Hamas, ein Gaza-Palästinenser-Pakt aus. Vertrauen fehlt, Streit um arabische Reinigungskräfte. Biblischer Impuls von Pfarrer Johannes Leutle, so sicher wie das Amen in der Kirche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017